Schöne Grüße vom Chef. Ist nicht sein Ernst. Frühjahrsputz. Hast du einen Komiker bestellt? Manfred Schimpf. Klingt ein Bild wie ein Imperativ, oder? Aber normalerweise mach ich meinen Namen keine Ehre. Nein, für ein Gerust-Junkie. So ein echter Schnüffler. Bibi! Lauf nach Hause! Komm, abfahren! Viel Spaß beim Weiterschnüffeln. Auf der anderen Seite ist Tschechien. Von dort ist auch die Leiche. Was wissen wir über die Leiche? Arbeitet für das tschechische Innenministerium. Klingt noch Geheimdienst. Heikles Gelände. Ganz was Neues. Ich will's uns sagen. Dann sag's. Ich hab's gesagt, dass du's gehört hast. Wenn du's gesagt hast, dann hab ich's gehört. Interessant. Guten Tag, hier spricht Esther Tomashova, tschechisches Innenministerium. Ich habe Informationen für Sie. Das wird immer interessant. Das sind Ihre Decknamen. Das beweist, dass er in den 60er Jahren mit Informanten aus Österreich gearbeitet hat. Also, wie geh'n wir vor? Zurück ins 68er Jahr. Der Leiche! Der Leiche! Der Leiche! Nicht schießen! Nicht schießen! Die Pfeile, Linien und Kreuze markieren die Standorte der Grenzsoldaten, der beiden Fischer und ihrer Fluchtbewegungen. Eines von den Kreuzen ist mein Vater. Und das andere Kreuz? Das ist die Frage. Kein Name, keine Fotos, keine Berichte? Nein. Wir wären, nicht schießen!